Ich bin einfach offen, fertig. Kannst du mir gerne was sagen. Hallo. Wow. Willkommen zu Knallhart durchgenommen Demon's Souls. Mit Jannik und mit mir. Oh Gott, das wird. Ja genau, oh Gott. So, wir lassen jetzt hier nochmal den Intro durchlaufen. Und trinken Knüsli unter Bier. ZEBK 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 Um, 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 um. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, nee. So, so. Ja, dann bleiben wir weiter Standard. Ich glaube, das ist besser. Ehe Frisur. Ja, wir haben Ehe die ganze Zeit einen Helm auf. Wir sehen uns Ehe nicht. Aber noch nicht. Ich glaube, das geht doch. Was ich so? Der König Aland XII, durch die Macht von Säulen, er hat eine unbezügliche Mehrheit in seinem Norden König von Boletaria. Das ist, bis die Farbe der Farbe der Farbe war. Boletaria wurde von der anderen Welt entfernt, und die, die in die Farbe der Farbe der Farbe nicht zurückkehlt. Aber Valorfax der Royal Twinfangs hat sich frei von der Fog und sagten die Welt von Volataria's Blight. Dass der alten König Alant hat den alten Einzelnen den großen Bösen unter dem Nexus von seiner eternalen Slumber und dass eine Fog blösen Fog hat sich bewegt, unbezogenen Dämonen. Die Dämonen die Menschen verletzen und verletzen ihre Säulen. Die, die verletzen ihre Säulen auch verletzen ihre Säulen. Die Dämonen verletzen und Chaos reigns. Valorfax sprach über die entdeckte Kraft der Dämonen. Each time ein Dämonen verletzen eine Menschliche Säule, der Dämonen eigenes Säule ist invigoriert durch die Life-Forse. und die Kraft der Dämonen der Dämonen ist außerhalb der menschliche imagination. Die legenden verletzten schnell. Die Wälder wurden in der Lande verletzten aber keine haben zurück. Bjor von der Schwanz 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 und die Schwanz Unkind face a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? What is this? So, epic intro. It's epic. It's not typical Zos. The lone warrior has to play the rector. I thought it would be a complete threat. Gravesoul, you fear not death. I shall guide you. So that you may lull the old one back to slumber. Let's go. So. 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 Was? Nein! Wir haben ihn nicht getroffen. Oh! Alter. Ich muss er schon mal üben. Was muss er denn? 4. Stichl-Mod-Grass 4. Stichl-Mod-Grass 4. Stichl-Mod-Grass oder dich nimmt das nicht mehr. Halt so geprickelt. Ist das dann sowas wie Estos? Ja, ja. Gibt's ne Halbmond-Gras? Ah, das ist wahrscheinlich einmal voll. Dann Sichermond ist wahrscheinlich ein Viertel. Und Halbmond ist halbmond. Ich glaube, ich muss hier runter. Ja... Was? Am Tagshaus werden wir jetzt wieder halbtot. Überhaupt. Vorne im Wasser stehen. Da stehen ein Paar. Ja. Das ist doch... Das ist schön, dass das stehen. Du denkst, dass du nochmal anhandelst, oder? Ja, ja. Was macht denn der? Man, warum sticht denn so zu? Okay, okay, okay. Das denn? Das gibt es wegen... Hat mir das hier funktioniert, aber ich weiß es nicht. Ich kann's eh nicht, also das muss ich... Da liegt verlockendes Loot auf diesem Altar. Ich wäre vorsichtig. Ich bin sicherlich skeptisch, ja. Ich glaube, hier liegt eh nichts rum. Na, aber da... Ja, das... Wo heißt das? Genau, hier gibt's ja Kai's Steine. Das sind im Prinzip die... Äh... Die Feuer, glaube ich. Und die... Äh... ... aus Dark Souls. Die Kai's Steine zum Teleportieren. Aber... Ich muss mir theoretisch im Nexus sein... ... oder auch nicht. Hallo. Gibt's du noch? Ja. Nicht mehr. Komm, trock mal was. Aber das war jetzt gar ein Mensch oder kein Dead? Ja, das war jetzt ein... Hallo... Ne, nicht Hallo, sondern... Doch Hallo. Weil die anderen sind ja die Undead. Ja, ja klar. Ah, okay. Wir sind ja Hallo. Glaube ich zwar nicht. Keine Ahnung. Oh Gott, ist das nun blieb. Oh Gott, ist das nun blieb. Ist auch schön. Das ist Pauls. Oh Gott. Hallo. Ich möchte dich bitte hier drüben bekämpfen. Ich hab hier so ein bisschen mehr... Wunsch du jetzt? Ich hab讀 mich noch nicht mehr. Ich hab viel Luft. vier liegen zu sehen. Ich hoffe, das erhöht sich noch irgendwie nicht. Okay, noch einer. Ich hab hier so ein bisschen mehr. Gute nicht mehr. Ich hab den Spann. Ja, das ist voll klug. Alles gut. Alter, schreckt halt nur einmal zu. Alter, das ist eben scheiße. Boah, okay. Musst du das halten? Ja. Alter. Das passiert jetzt nicht hier. Meine Fresse. Komm schon. Und wenn du dich dann in die andere Richtung würdest? Ja, auch nicht angreifen. Ja, jetzt greift der andere. Ja. 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 Ne, ja. Ja, ja. Okay. Gut zu wissen. Geplant war das jetzt nicht. Geplant war das, ich wollte ihn eigentlich so wegstoßen. Ja. Aber... Geil. Runter für dich! Juhu! Oh, halb mal krass. Jetzt mal hier so ein bisschen krass. Gut! Hunde kann ich gar nicht sehen. Oh, hallo! Muss mal raus. Ja, dann... Er hat's nur mal gefangen und wenn der jetzt wegkriegt, dann kommt die gleiche so ein bisschen gut. Fingen... Red Dog? Oh, Mann! Wahnsinn! Ja, jetzt müssen wir mal jetzt kommen. Ja! Der hängt dir sogar auch noch am Arsch. Das ist... Das ist ein Fußballspiel. Ha, Bock! Was ist das? Ja, gut. Äh... Ich kann mir hier an gar nichts mehr hin. Da gibt's lecker Süppchen. Boah, Alter, blick! Er scheint an der Tchabierhaube. Genau. So geht's auch. Oh, was Fetteres. Äh... Ich weiß nicht warum, aber ich hab in irgendein Detail, dass da was Dicke ist, war die Hände drauf. Kommt vielleicht noch. Da steht... Wer hat der hier? Ja, das sieht man. So. So, dann wollen wir mal. Muss man wechseln. Ich glaube auch. Ja, super. Ne, kommt nicht. Ich geh's mal hin. Was ist da? Kürzen vielleicht? Nur wenn nicht. Hier ist schon. Hier ist kein Level. Ah, hier ist auch hier ist noch gut. Ah, aber kann sein, dass wir danach irgendwie zurücktreffen können. Nur. Das ist ein bisschen kurz wahrscheinlich. Oh. Hier unten noch Level. Das muss drin sein. Nochmal Nebel. Oh Gott. Äh, ja, okay. Hallo. Hallo. Ah. Kennst du den? Ich muss nicht sterben. Ich kann sie sehen, aber sie ist nicht scheiße. Oh. Man kann nicht blocken. Ja. Ja, wie warte, darf ich jetzt? Nee, ich kann es nicht. Äh. Du musst das nicht mal sehen. Du musst eh sterben. Also musst nicht. Kann man bestimmt sehen. Ja, ich muss nicht sterben. Okay. Nein. Gut, danke. Danke, danke. 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 im prinzip komplett die gleiche steuerung im prinzip ich weiß nur nicht